Willkommen bei Profischnack.de. Heute wieder ein ganz besonderes Bank-Schnäppchen für Sie. Und zwar die Himmola Bank 8173, Sitzbank 33 H11, ganz einfach, in Q2-Stoff S24 Marineblau. Breite 2,50 m, also ideal für Tische, die 2,20 m, 2,40 m, 2,60 m sind. Und ich darf es eigentlich nicht sagen, aber diese Bank kommt eigentlich von der Firma Job, Himmola produzierte Job-Möbel, also vor allem die Sitzmöbel, Garnituren und Bänke. Das ist das original Messestück von Job in dieser Ausführung. Nun, Sie sehen schon, die Form der Rückenlehne lädt zum Verweilen ein. Sie sitzen hier richtig bequem, Sie können auch mal nach dem Essen Ihren Bauch rausstrecken. An so einem warmen Tag isst man nicht so viel wie heute, aber wenn, dann ist das richtig gemütlich. Und Sie können hier auch, ich lege das mal zur Seite, sehen Sie mich noch, hallo? Sie können sogar Ihren Mittagsschlaf drauf machen. Platz haben Sie genug für 1, 2, 3, 4, 5 Personen. 5 Personen Platz, eine tolle Bank, ein Messeschnäppchen in einer gut zu kombinierenden Farbe, Q2-Stoff, reine Kunstfaser, pflegeleicht, ideal für Männer und Kinder geeignet. Hier kriegen Sie alle Flecken raus. Bestellpreis ungefähr 2.500, etwas mehr. Bei uns jetzt, profischnapp.de, 1250 Euro. Hm, was sage ich da? Abholpreis übrigens, Lieferung 99 Euro. Ich sage, der erste schnappt. Sie können das sein, wird mich persönlich freuen. Überlegen Sie es sich und machen dann, klick, 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 schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.